So, hier sind wir jetzt wieder an einem Strandabschnitt vom Royal Palm, 6 Sterne auf Mauritius. Superschön, supertolle Liden mit ganz, ganz dicken Auflagen. Also wirklich traumhaft, traumhaft schön. Und hier ist ein Restaurant direkt am Strand, mit Blick direkt aufs Meer. Also wirklich einfach traumhaft. Habt euch mal den Ausblick an, in den zum Frühstück oder zum Abendessen. Sucht mal.